Männer und Frauen sind gleichberechtigt, so schreibt es unsere Verfassung. Aber Frauen verdienen immer noch 24 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Und all das Armut ist weiblich. Alleinerziehende sind hauptsächlich von Armut bedroht. Und von den Führungspositionen ganz zu schweigen, dort sind Frauen völlig unterrepräsentiert. Und deswegen unterstütze ich die Kampagne Ungleich war gestern, der Münchner Selbstverständlichkeiten. Ein starkes Frauennetzwerk, das unsere, meine und eure Unterstützung braucht, damit wir endlich das erreichen, was eigentlich völlig selbstverständlich sein sollte, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind.